Ich nehme mal an, das unglaublich durch die Medien ging und wahrscheinlich jedem irgendwo mal begegnet ist. Und zwar, dass Facebook WhatsApp gekauft hat für das nette Sümmchen von 19 Milliarden US-Dollar. Ja, ne? Bleibt mal abzuwarten. Die Betreiber, die ehemaligen Betreiber oder noch Betreiber, weiß ich nicht, von WhatsApp, die sagen jedenfalls, dass erstmal alles so bleibt, sich nichts ändern wird. Aber ich denke, darauf würde ich mich nicht verlassen, denn warum sollte Facebook 19 Milliarden US-Dollar ausgeben, wenn damit eh nicht irgendwann was geschieht? Und deshalb ist ja auch momentan so Aufruhr, ja, Alternativen, dies, das. Ich habe hier mal kurz einen Kommentar dazu geschrieben, was ich davon halte, von diesem ganzen Gedöns, was ich ganz witzig finde. Zum Beispiel der Betreiber von WhatsApp hat ja noch gesagt, ja, wir lassen uns nicht von Größeren kaufen und wir bleiben uns treu, dies, das. Ja gut, aber irgendwann wird, denke ich, jeder Mensch schwach bei einem solch enormen Sümmchen und bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was da jetzt noch kommt. Und bevor wir was zu den Alternativen sagen, erstmal eine kurze Änderung bei den WhatsApp-Privatsphäre-Einstellungen. Und zwar kann man da jetzt auch unter Android seinen Online-Status verbergen und zum Beispiel auch noch bestimmen, wer sein Profilbild sehen kann oder Ähnliches kann man da zwischen, wie man auf dem Bild sieht, zwischen jeder, meine Kontakte und niemand auswählen. Aber ich glaube, ich habe momentan immer noch einfach niemand. Obwohl ich ja recht froh bin, dass ich WhatsApp gar nicht mehr so nutzen muss, denn viele meiner Freunde sind dank dieser Übernahme gewechselt. Und zwar zu Telegram in meinem Fall. Ich persönlich will schon länger wechseln, das liegt jetzt nicht unbedingt an den Sicherheitslücken und sowas, sondern was mir einfach gefehlt hat, war so ein Desktop-Client beziehungsweise bei Telegram gibt es auch noch eine Chrome-Erweiterung. Und das ist einfach tausendmal gemütlicher, wenn man eh am PC ist. Man muss ja nicht ständig auf sein Handy gucken, sondern kann dann bequem im Browser einfach schreiben. Und deshalb war ich persönlich schon lange auf der Suche nach einer Alternative. Ich habe mal mit Heik angefangen, aber vor, was weiß ich, halbes Jahr war das bestimmt, oder ein Jahr. Aber das sind einfach zu viele bei WhatsApp geblieben. Und jetzt dank dieser Übernahme suchen ganz viele nach einer Alternative. Viele sind zu Telegram gewechselt und das freut mich persönlich ganz dolle, weil dann kann ich bequem am PC einfach antworten. Und mittlerweile ist auch Telegram ja die am meisten heruntergeladenste App in Deutschland und Schweiz im Google Play Store. Und ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ich denke, die zwei Hauptalternativen sind Telegram und Threema. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Telegram selbst ist aus Russland. Das wird von den Machern des sozialen Netzwerkes V-Kontakte, das ist so ein russisches soziales Netzwerk betrieben. Und knapp 40% der Anteile davon gehört der Mail.rr Group, was eine russische Investmentfirma ist. Weil es ist ja auch immer ganz interessant mal zu wissen, wo kommt überhaupt das Geld her. Und Telegram selbst haben die, wie eben schon gesagt, die Gründer und die Brüder Nikolaj und Pavel Durov gemacht. Und der Pavel, der stellt erstmal die Finanzierung dar. Und später soll das womöglich noch durch Spenden finanziert werden. Ob das jetzt bei diesem enormen Besucherantrag wirklich reicht ihm sein Geld, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die durch V-Kontakte verdient haben. Wenn das ein paar Milliarden sind oder Millionen, dann könnte das vielleicht reichen, wenn dann noch irgendwie die Mail Group, Mail.ru Group vielleicht noch irgendwas beischießt, ich weiß ja nicht. Dann dürfte das noch reichen. Gut, und die zweite Alternative ist Threema. Und die kostet, glaube ich, ja genau, hier steht es 1,60. Beziehungsweise 1,79. Würde mich persönlich jetzt auch nicht abhalten, wenn das genügend von meinen Bekannten nutzen würde. Die meisten sind halt zu Telegram. Deshalb ist das für mich eher uninteressant. Und da stehen halt die Server in der Schweiz. Also gar nicht mal so weit weg. Und die haben halt jetzt nicht so ein großes Wachstum von Nutzern gefunden. 200.000 neue hatten die. Das war, der Artikel ist auch schon ein bisschen älter mittlerweile. Das sind natürlich ein paar mehr. Das war dann kurz nach der Übernahme am 22. Ist jetzt der Artikel. Da hatten die 200.000 und 80% davon stammen aus Deutschland. Telegram hatte da ein paar mehr. Die hatten alleine an dem Freitag 800.000 neue User. Und wenn wir jetzt mal zum nächsten Artikel gehen, da ist ja der WhatsApp-Server ausgefallen am 23. Februar. So zwischen drei und vier Stunden bei der Daunen. Da haben sich voll viele aufgeregt. Äh, dies, das. Und anscheinend haben es gar nicht so viele ohne Kommunikation ausgehalten. Und dann sind die umgestiegen. Und bei Telegram war es dann so, dass es bis zu 100 Neuanmeldungen pro Sekunde gab. Und die haben alles dafür getan, dass die Server nicht in die, äh, Knie ging. Aber irgendwann war es soweit. Ich meine, 100 Neuanmeldungen pro Sekunde ist ja auch schon, äh, ganz schönes Stück. Dann haben sich dann an dem einen Tag insgesamt, äh, 1,8 Millionen neue User bei Telegram angemeldet. Also ich denke, ähm, die profitieren bisher so am meisten davon. Ähm, natürlich bin ich jetzt mal gespannt, wie in der Entwicklung noch so weitergeht. Die wollen unter anderem jetzt noch Sprachnachrichten nachführen und ähnliches. Ja, und das war es dann auch schon mit diesem WhatsApp, Facebook, Telegram und so weiter-Gebiet. Und jetzt gibt es eine recht coole Beta, und zwar Opera Max. Dabei geht es, ähm, darum, dass eure mobilen Daten etwas reduziert werden. Also, ähm, bei eurem normalen Server-Verhalten versucht dann diese App ein paar MB einzusparen durch Komprimierung. Ähm, die Beta ist jetzt auch in Europa verfügbar. Ähm, als ich den Artikel geschrieben habe, äh, war ich noch auf Platz 832. Mittlerweile bin ich da drin. Ähm, aber dazu wird noch ein eigenes Video mal folgen. Auf jeden Fall. Ist ganz cool. Ähm, ich glaube, bei mir wurden jetzt so 5-6 MB gespart bei 50 MB insgesamt. Wer braucht an dem einen Tag oder an zwei Tagen oder so. Also 10% ungefähr. Das ist ja schon mal ein nettes Sümmchen, wenn man das mal hochrechnet. Da kann man schon einiges sparen. Denn ich, äh, denke, vielen wird es so gehen, dass wenn der Monat noch nicht zu Ende ist, ist dann schon das Datenvolumen erreicht und das ist ärgerlich und doof und blöd und so. Und dann gibt es noch was in diesem, äh, Smartphone-Bereich. Und zwar, HTC hat, äh, einen kostenlosen Display-Tausch in den ersten 6 Monaten angeboten. Wenn man sich, äh, ab sofort das HTC One, ähm, Mini oder Max zulegt. Und dann ist es egal, wie in dem ersten halben Jahr das Display irgendwie zerstört wird. Äh, das wird einfach ausgetauscht. Das Dumme ist, äh, das Ding gibt es bisher nur in den USA. Ob es und wann das Angebot hierzulande verfügbar ist, kann man noch nicht sagen. Aber ich denke, es wird, ähm, irgendwann noch kommen. Auf jeden Fall. Frage ist nur, wann. So, dann hätten wir diesen Bereich auch mal abgeschlossen. Ähm, weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon hatte. Jetzt habe ich hier diese Farben je nach Kategorie ein bisschen anders gemacht. Ach, nur damit man es besser sieht. Und jetzt kommen wir zu Xbox One. Da wurde jetzt der tolle Media Remote vorgestellt. Die Fernbedienung. Und die kostet ungefähr 23 Euro. Und kommt jetzt nächsten Monat raus. Ähm, ich habe mir dabei gedacht, äh, das kleine Ding. Also, ich brauche es persönlich auf jeden Fall nicht. Es sei denn, das kann irgendwas total Geiles. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich brauche das nicht. Aber bei einem Preis für die Xbox One von 499 Euro hätte man das Ding vielleicht dazulegen können. Ähm, vielleicht war es zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Aber vielleicht hätte man, ja doch, das hätte man locker dazu mal legen können. So als kleines, äh, Geschenk. Ne? Und dann, äh, der wohl größte Schlag für alle Bioshock-Fans. Ähm, das Studio, beziehungsweise der Gründer Ken Levin hat bekannt gegeben, dass das Studio geschlossen wird. Und er jetzt mit einem kleineren Team weiterarbeiten werde. Und die Rechte bleiben bei Take 2. Ähm, Genauso wie, äh, Ken, der bleibt da auch mit seinem neuen kleinen Studio weiter bei Take 2. Und da ist man natürlich gespannt, was da in den kommenden Monaten so alles rauskommt. An was für Spiele, die sich so, so ranmachen werden. Und dann, äh, kommen wir jetzt eher so zur Fundstück, äh, Rubrik. Und zwar gibt es auf Kuso, auf Lego Kuso, ähm, ein The Big Bang Theory Lego Set. Was auf jeden Fall recht lustig aussieht. Ähm, das letzte Mal sah es mir den Stimmen nicht ganz so cool aus. Müsste mal gucken, wie weit es jetzt ist. 2.204, die brauchen 10.000, soweit ich weiß. Genau, 10.000 Stimmen brauchen die, also fehlt noch ein bisschen was. Ähm, aber wenn sie es schaffen, es sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick recht lustig aus. Und falls das klappt, wäre ich gespannt, was da noch so alles kommt. So nach dem, äh, Lego Simpsons und Lego Ghostbusters, ist das so der nächste große Hit für Lego. Und dann kommen wir jetzt zu einem Video. Falls ihr nicht mehr wisst, wie, äh, Erste Hilfe funktioniert, solltet ihr euch das unbedingt einmal anschauen. Da werden euch zwei nette junge Damen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ist auf Englisch, aber ich denke, ähm, die machen das so gut vor. Das sollte man erkennen. Ja, eine kleine Kickstarter-Kampagne äh, um ein kleines Gadget, was mehr oder weniger nützlich ist. Ist vielleicht cool zu haben, braucht man aber hundertprozentig nicht. Und, ähm, gucken, ob die es überhaupt schon geschafft haben. Und zwar geht es da drum, um dieses, äh, kleine Gadget hier unten. Da könnt ihr dann Dosen, äh, Flaschen und so weiter reinschellen und das Ding zählt dann einfach für euch mit. Ähm, oh, die schaffen es wahrscheinlich. Ähm, ist vielleicht ganz lustig, so als Werbegeschenk oder ähnliches, aber ich denke, auf einer Party oder so immer damit rumzuhören, ist irgendwie ein bisschen unpraktisch und nervt nach einer Zeit. Ähm, ja, man muss das jetzt mal gerade halten. Ich weiß nicht, wenn man extrem wackelt, ob das dann irgendwie wieder hochzählt oder so. Also ein paar Probleme gibt es da sicherlich. So, und das Letzte, wieder ein kleines Video und zwar wird in dem Video gezeigt, wie sich die Simpsons überhaupt in anderen Ländern hören. Das ist sehr interessant und echt witzig. Ähm, ich denke, Englisch und Deutsch dürften so die meisten kennen und somit das Hässlichste ist meine Meinung nach Französisch. Also das hört sich schlimm an. Gut, das war es dann auch schon für diese Woche. Falls ihr nichts verpassen wollt, einfach abonnieren und dann sieht man sich in der nächsten Woche. Das war es dann auch schon. Das war es dann auch schon.